Garten und Landschaftsbau von heute. Von Martial Röder. Kompetenz, die einzigartig ist. Von Martial Röder. Ihr Meisterbetrieb des Garten- und Landschaftsbaus aus Siegburg. Ming-Yung Ob-Yük. Endlich hat er einen Namen. Der kleine kölsche Elefantenbulle aus dem Kölner Zoo heißt Ming-Yung. Kölsch und dennoch asiatisch. Zu seiner Taufe waren viele Freunde des kleinen Dickhäuters gekommen. Seine Paten, sein Tierpfleger, die Fans und viele Kamerateams und Fotografen. Das graue Riesenbaby, das schon über 100 Kilo auf die Waage bringt, war glücklich, dass nur der Stoffelefant für die Sekttaufe herhalten musste. Nicht nur die Taufe war für den kleinen Elefanten eine Premiere. Ming-Yung durfte an diesem Tag auch zum ersten Mal mit seinen grauen Gefährten in das Außengehege. Die einjährige Mala ist zur Zeit noch ein bisschen eifersüchtig. Bisher stand sie im Mittelpunkt des Geschehens. Doch jetzt kümmern sich alle um das neue Elefantenbaby. Um ihre Eifersucht zu lindern, hat sie nun einen neuen Weggefährten. Ein großer roter Ball sorgt für Spiel und Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Musik